...dem Kotelpack lässt in Tirol die Kassen klingeln. Wir haben aus Kritik gelernt. Das sagen heute die barmherzigen Schwestern Zams. Sie sind es unter deren Führung das Behindertenheim St. Josef in Milz steht. Es ist nach den Aussagen einer ehemaligen Pflegerin schweren Vorwürfen ausgesetzt. Schon in den 80er Jahren hatte die Frau, wie berichtet, schwere Missstände aufgezeigt. Damals war sie nicht angehört worden. Aber was hat sich geändert im St. Josefsheim? Und unter welchen Bedingungen müssen die behinderten Menschen heute dort leben? Die Generaloberin sagt, jetzt ist alles besser. Krisensitzung im Mutterhaus der barmherzigen Schwestern in Zams. Die Generaloberin, der Geschäftsführer der Sozialeinrichtungen und der Heimleiter vom Sozialzentrum St. Josef in Milz. Sie haben heute viel zu besprechen. Anlass ist der gestrige Beitrag in Tirol heute, in dem eine ehemalige Pflegerin schwere Vorwürfe gegen das St. Josefsheim erhebt. Zu beschönigen gäbe es nichts. Aber inzwischen seien 30 Jahre ins Land gezogen. Und da sei viel an Umdenken und an Aufbauarbeit passiert. Es hat Sachen gegeben, die nicht in Ordnung waren. Es sei dahingestellt, wie sie im Kontext jener Jahre ausschauen. Aber jetzt, um an den Anfang ihrer Frage zu kommen, ins St. Josefsinstitut hat sich in der Zwischenzeit sehr viel getan. Das Soziale Zentrum St. Josef in Milz, wie es heute heißt, ist die älteste Behinderteneinrichtung Tirols. Schon vor etlichen Jahren hat man hier begonnen, vor allem räumliche Verbesserungen vorzunehmen. Aber nicht nur das. Auch in Bezug auf Mitarbeiter, es wurden sehr viele Mitarbeiter eingestellt, und zwar Fachkräfte, die die Schwestern abgelöst haben. Wir haben alle möglichen Konzepte der Qualitätssicherung eingeführt. Auch im Sinne der UN-Konvention, demnach Behinderte möglichst in kleinen Gruppen und in kleinen Wohneinheiten zu betreuen sind, sei man auf einem guten Weg. Wir sind sozusagen mittendrin. Wir hoffen mit dem Umbau, dass wir, oder wir zielen darauf ab, dass wir kleinere Einrichtungen haben. Aber eine darf ich besonders erwähnen, unsere neue sozialtherapeutische Hausgemeinschaft mit vier Kindern, die vor zwei Jahren eingerichtet wurde. Mit dem Land Tirol wird bereits über neue Investitionen für das Sozialzentrum St. Josef in Milz verhandelt. Und bei mir in Tirol heute, Studio, begrüße ich jetzt Prof. Volker Schönwiese vom Institut für Erziehungswissenschaften. Einen schönen guten Tag, Herr Professor. Wir haben jetzt gehört von der Führung des St. Josefsheim, was alles getan worden ist. Wir haben gehört, dass für Österreich die UN-Behindertenrechtskonvention gilt. Und zwar seit September 2008. Ist das jetzt in diesem Heim auch alles so, wie es diese Konvention vorsieht? Sicher nicht, weil die UN-Konvention verlangt ja, dass die betroffenen Personen selbst entscheiden können, wo sie wohnen. Und sie wissen und haben es auch gehört, wie viele Personen hier an einem Ort wohnen, die aus allen möglichen Landesteilen kommen. Und wie sind die dort hingekommen und wie kommen neue Personen dorthin? Also die Anforderung ist, an welche Trägereinrichtungen auch immer es sind, dort in den Gemeinden Dienste einzurichten, gemeindenahe Dienste einzurichten, auch Systeme der Unterstützung und persönliche Assistenz, dass jemand erst gar nicht in die Situation kommt, weg vom Heimatort zu kommen und dann in eine Großeinrichtung zu kommen, die man selbst nicht gewählt hat. Also die Konvention sagt ja nicht einfach, die Personen sollen in kleinen Gruppen wohnen, sondern die Konvention sagt, die Betroffenen sollen selbst entscheiden, wo sie wohnen wollen und sie brauchen akzeptable Alternativen dazu. Und wo sind die Einrichtungen, die dem folgen? Das ist die Aufgabe und die Frage, die an die Einrichtungen zu stellen ist, auch an die Schwestern. Es ist ja da keine Einrichtung ausgeschlossen, wer das auch und wie das macht. Also wenn die Schwestern dieser Anforderungen entgegenkommen wollen, dann müssen sie sich systematisch umstrukturieren. Das kann auch heißen, dieses Haus in Milz zu schließen, nicht auf heute, auf morgen, sondern sich in die Gemeinden hinaus zu bewegen. Das ist aber offensichtlich derzeit ja nicht geplant, weil wir gehört haben, auch das Land will weiter in dieses Heim investieren. Ist das sinnvoll? Das ist sicher nicht sinnvoll, sondern investiert werden muss in diese gemeindenahen Dienste, Unterstützungsformen, auch persönliche Assistenz, damit Personen auch tatsächlich wählen können, wo sie wollen oder wo sie herkommen. Also das heißt, dass diese Menschen mit Behinderung nicht auf einem Platz, sprich in einem Heim wie diesem, zusammenwohnen, sondern unter Umständen zu Hause, bei Freunden oder in kleinen, betreuten Wohngemeinschaften? So ist es. Da wohnt ja niemand freiwillig, sondern dort wohnt jeder, sage ich mal, aus Not, weil es keine Alternativen gegeben hat. Und die UN-Konvention ist ja eine Menschenrechtskonvention und die legt fest, welche Rechte Einzelpersonen haben und hat es festgelegt, das Recht, den Wohnort zu wählen und die Pflicht der Staaten dafür zu sorgen, dass dieses auch möglich ist. Das heißt... Österreich, wie gesagt, per Nationalrat im Jahr 2008 für diese Konvention ausgesprochen. Offensichtlich stehen wir dort nicht, wo wir sollten. Wo steht Tirol im Österreich-Vergleich? Ja, unterschiedlich. Das ist bei... Jede Region hat also Teilbereiche, an denen man gut ansetzen kann, vor allem auch Personal, das jederzeit willig und auch fähig ist, um Strukturierungsmaßnahmen mit zu verfolgen und auch zu betreiben. Wir sind da nicht so am Anfang, dass man es so schwarz-weiß sagen kann, bei uns ist alles schlecht oder alles gut. Um das geht es nicht. Es geht darum, Rechte von Menschen zu wahren und Weiterentwicklungen zu machen, die ja nicht nur seit der UN-Konvention jetzt bekannt sind. Also das, worum der Konflikt jetzt auch geht bei Milz, das ist ja seit 30 Jahren bekannt. Also wenn jetzt Reformwillen besteht, okay, freut mich. Aber wissen tun Experten das schon seit Jahrzehnten. Und auch international wird seit Jahrzehnten in Richtung Gemeinwesen orientiert. Das heißt, dort, wo die Leute leben oder leben wollen. So wie jeder andere. Man will dort leben, im Dorf, in der Gemeinde, im Stadtviertel, wie jeder andere auch. Warum muss ich, weil ich behindert bin, an einem Ort weg von Familie, Freunden und so weiter. Also hoffen wir, dass auch in diesem Sinne die Konvention bald umgesetzt ist. Vielen Dank, Herr Professor, für den Besuch bei uns im Studio. Bitte sehr. Ein Spitzenbeamter, meine Damen und Herren, ein Spitzenbeamter des Landes und gleichzeitig einer, der sehr häufig mit umstrittenen Problemen beschäftigt war, tritt in den Ruhestand. und damit, in den Ruhestand. Untertitelung des ZDF, 2020